Amen. Guten Morgen euch allen. Ihr seid herzlich willkommen im Hause eures Vaters. Heute ist ein besonderer Tag. Und weil es ein besonderer Tag ist, wäre es gut, jemanden Hallo zu sagen, jemanden willkommen zu heißen. Also geht herum und begrüßt mindestens 20 Personen heute Morgen. Also nur 20. Halleluja. Okay. Just say hello to someone. Halleluja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß, einige haben keinen mitgebracht. ihr könnt von mir ausleihen. Hat jeder jetzt ein Handtuch oder Taschentuch? Hat jeder ein? Okay. Ich lese von Markus Kapitel 16, 1-8. Oder 1-6. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Eule, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen sehr früh, am ersten Tag der Woche, zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarenern, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Siehe da die Städte, wo sie ihn hingelegt hatten. Amen. Also wir werden diesen Sieg feiern, mit jedem Instrument hier, mit unserem Schofar, mit jedem Instrument und mit eurem Körper. Amen. Amen. So I'm going to say, he is risen. Ich werde sagen, er ist auferstanden. You only wave hallelujah. Und ihr winkt einfach nur hallelujah. Amen. Amen. Okay. He is risen. Er ist auferstanden. Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. He is risen. Er ist auferstanden. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. He is risen. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Amen. 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 The walk is changed, the end is written, Jesus Christ, my living hope, who could imagine, so great a mercy, so great a mercy, what heart could be. Would phantom such bondless grace, the God of ages, the God of ages, stepped up from glory, to whom I see, I make my shame, the cross has broken, the cross has broken, I am forgiven. I am forgiven, I am forgiven, the King of kings, the King of kings calls me in his name. Beautiful Savior, beautiful Savior, I'm yours forever, I'm yours forever, Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope, that's why. Oh, hallelujah, 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 praise the one who set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken a bridge in the salvation in your name. Jesus Christ, my living hope, that's why. Jesus Christ, my living hope, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. They came in the morning. They sealed their promise. Your buried body, Jesus, began to breathe. Our only silence, a roaring lion, Declare thy name, how snow-clare the morning. They came in the morning. They came in the morning. They sealed the promise. Your buried body. Your buried body began to breathe. Out of the silence, a roaring lion. Declare the grave, has no claim on me. Jesus, yours, Jesus, yours is the victory. Hallelujah. 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 Praise the one who set me free. Hallelujah. 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 Death has lost its grip on me. You have broken every chain. You have broken every chain. And salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. 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 Praise the one who set me free. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. 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 That has lost its grip on me. You have broken every chain. There is salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ, my living God. Jesus Christ, my living God. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. In the presence of my enemies, I raise a hallelujah. I raise a hallelujah louder than the unbelief. Louder than the unbelief. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Heaven comes to fight for me. I'm going to sing. I'm going to sing in the middle of the storm. Louder and louder. You're going to hear my praises roar. Come from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is our light. I'm going to sing in the middle of the storm. Louder and louder. You're going to hear my praises roar. All from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is our light. Hey! I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. We're everything inside of me. We're everything inside of me. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. In the middle of the mystery. In the middle of the mystery. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. Fear you lost my heart. I'm going to sing. Hey! I'm going to sing in the middle of the storm. I'm going to sing in the middle of the storm. You're going to hear my praises roar. I'm going to sing in the middle of the storm. I'm going to sing in the middle of the storm. Louder and louder You're gonna hear my praises come I'm from the ashes Hope will arrive Death is defeated The King is alive I will raise a hallelujah Sing a little louder I will raise a hallelujah Sing a little louder I will raise a hallelujah Sing a little louder I will raise a hallelujah Sing a little louder I will sing a little louder In the presence of my enemies Sing a little louder Louder than the unbelief Sing a little louder A weapon is a melody I will sing a little louder Heaven comes to fight for me That's why I will sing a little louder In the presence of my enemies I will sing a little louder Louder than the unbelief Sing a little louder A weapon is a melody I will sing a little louder Heaven comes to fight for me I will sing a little louder I'm gonna sing In the middle of the storm Louder and louder You're gonna hear my praises roar I'm from the ashes Hope will arrive Dead is defeated The King is alive I'm gonna sing I'm gonna sing In the middle of the storm Louder and louder You're gonna hear my praises roar Out from the ashes Out from the ashes Hope will arrive Dead is defeated The King is alive The King is alive And raise a hallelujah And raise a hallelujah And raise a hallelujah Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Er ist der Gott, der uns erlust, der Gott, der uns erlust, ist er uns selbst gefangen frei. Wer kann unseren Gott aufhalten, denn er ist der Löwe, der Löwe von Juden. Sein Brüder ist rechtlich, er kämpft unser Kämpfen, jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er, denn er ist das Land, geschlachtet doch für die Sünde der Welt und sein Blut befreit. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand kann unseren Jesus aufhalten. Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn aufhalten. Niemand hält ihn aufhalten. Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn aufhalten. Niemand hält ihn aufhalten. Du bist der Löwe, Herr, denn er ist der Löwe, der Löwe von Jüdern. Sein Bruder ist mächtig. Er kennt unsere Kämpfe. Jeder will sich vor ihm beugen. Denn er, denn er ist das Land, gestanden geholt. Für die Sünde der Welt und sein Blut befreit. Jeder wird sich beugen vor den Löwen und das Land. Und jeder wird sich vor ihm vor ihm vor ihm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Er ist auferstanden und er ist wahrhaftig auferstanden. Wir gratulieren all den Frauen, die ihn zuerst gesehen haben. Also wir gratulieren allen Frauen hier, denn ihr habt ihn zuerst gesehen. Amen. Unser Gott ist gut. Er ist auferstanden. Er ist nicht mehr im Grab. Und er hat einen Namen, der über allen Namen steht. Wie man seinen Namen nennt, jeder Knie beugen, jeder Zunge muss bekennen, dass er Herr ist und er wird immer der Herr sein. Amen. Amen. Ihr seid alle noch mal herzlich willkommen zu unserem Oster-Auferstehungsgottesdienst. Das ist ein siegreicher Gottesdienst heute. Aber wir haben schon am Freitag angefangen. Wir haben einen guten Freitag und gestern haben wir weitergemacht. Und heute grünen wir es mit einem Siegesgottesdienst. Und wir haben einen Gastprediger in unserer Mitte heute Morgen. Er ist nicht alleine gekommen. Er ist mit seiner Frau gekommen. Er war mal unser Präses das zehn gute Jahre lang. Und ich hatte die Möglichkeit, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und letzte Woche haben wir auch gemeinsam gearbeitet. Er sollte eigentlich in Rente sein. Aber Amen. Er ist verheiratet mit einer Frau. Und seine Frau ist hier. Let's see you. Sister Irene Justus is here in our midst. Sie haben sieben Kinder. Sieben ist die Zahl der Perfektion. Und sie haben zwanzig Enkelkinder. So, ihr kommt eines Tages auch mal dorthin. Amen. 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 Er ist nun ein Interim-Pastor in Hamburg. Er ist nun ein Interim-Pastor in Hamburg. Für eine gewisse Zeit. Und er pflanzt und besucht auch Gemeinden überall auf der Welt. In Armenien. East Europe. In Osten Europa. Israel. USA. Also verschiedene Orte auf dieser Welt. Aber er hat Zeit für uns. Er hat sich Zeit genommen, um uns zu besuchen. Um uns zu besuchen. Um uns zu ermutigen. Und diesen siegreichen Gottesdienst mit uns zu feiern. Also wir nehmen das nicht einfach so hin. Wir sagen danke für deine Zeit, für deine Energie, für all die Ressourcen. Und lasst uns laut klatschen. I want us to welcome Pastor Johannes Justus. Herzlich Willkommen. Vielleicht kannst du hier eine oder zwei bitte. Wenn immer, wenn du mal schuhe, kannst du hier eine oder zwei bitte. Das, was du willst, mache ich. Ich bin gekommen, um zu dienen, mein lieber Palma. Morgen. Einige sind immer noch da. Some of you are still here. That is good. That is very nice. Schön, eure Gesichter zu sehen. Nice to see your faces. Ihr seht gut aus. You guys are looking nice. Was ist los mit euch? What is the problem with you? Wir haben einen Grund, gut auszusehen. We have a reason to look nice and beautiful today. Jesus Christ is auferstanden. Jesus Christ is risen. Er ist wahrhaftig auferstanden. He is really, really. Also noch einmal. Jesus Christ is auferstanden. I want to say it again. Jesus Christ is risen. Okay. Also zwischen Sorge und Hoffnung. Zwischen Sorge und Hoffnung. Between Worry and Hoffnung. Das ist mein Wochenendthema und heute mache ich das weiter. That is the topic I've gotten for this weekend. Zwischen Sorge und Hoffnung werde heute Matthäus Evangelium lesen. Kapitel 28, Vers 1 bis 10. Aber passagenweise lesen. We will read Matthew from chapter 28 from verse 1 to 10. But we will be taking it path by path. Der Auferstehungswahrheit sagt folgendes. The truth said this. Der Auferstehungswahrheit. The resurrection truth sagt folgendes. Jesus Christus hat das überwunden, was uns zeitlich und ewig von Gott zu trennen vermag. Jesus Christ has overcome what has kept us away from the Father for a long period of time. Und was ist das? Und was ist das? Unsere Sünde und Tod. Our sin and death. Und Gott, Jesus hat das alles überwunden. Jesus have won, gotten victory over all of them. Wenn Jesus auferstanden ist, haben wir keinen Grund mehr, Furcht zu haben. Then we don't have any reason to be afraid anymore. Vorausgesetzt, wenn wir seine Kinder sind. If we are, I mean the condition is if we are his children, Menschen, die auf dieser Erde leben, sind Geschöpfe Gottes. Every human being on this earth is a creature of God. Aber das reicht nicht, Geschöpfe Gottes zu sein. But it's not enough to be a creature of God. Es ist wichtig, auch Kind Gottes zu sein. It's very important for you to become a child of God. And if I have become a child of God, dann komme ich mit ihm zusammen in seine Familie. Then I'm coming together in Gauss' Familie. Und der Himmel ist nur für seine Familie da. The heaven is made for the family of God. Genauso wie dein Zuhause. This is the way it is in your own home. Für deine Familie, die Tür ist offen. For family members, the door is always open. The guests, they come on and gehen. The guests will come in and go. Aber die Familie bleibt. But the family members will always stay. Am I right? Genauso im Reich des Herrn. This is how it is in the kingdom of God. Guests, come and go. Ich lade euch in die Familie Gottes heute. I'm inviting you this morning to come in to the family of God. Wir schauen uns erstens ein Morgen voller Sorgen. We are watching this morning. We are going to discuss a morning full of worries. Wir feiern die Auferstehung. Aber die Frauen, die zu Grab gingen, sie haben keine Ahnung gehabt, was sie erwartet. The ladies that were going this morning to the grave, they were not expecting anything. Und sie hatten noch keine Hoffnung gehabt. There was no hope within them. Und wir lesen Matthäus 28, Vers 1. We are reading Matthäus 28, Vers 1. Als aber der Sabbat um war, und die Dämmerung der ersten Tages der Woche, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Now, after the Sabbat, as it began to down towards the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary came to look at the grave. Interessant, als Pastor Palme uns vorgelesen hat, dass die Frauen voller Sorgen waren unterwegs. Wer will den Stein wegwälzen? Aus Markus' Evangelium. It's interesting to see, as Dr. Palme read this morning, as they were going to the grave, we are thinking about them. Who would remove the big stone on this grave for us? Interessante Damen. I mean, there are interesting ladies. Der Grab, das Grab wurde dicht gemacht. I mean, the tomb was closed with the stone. Und die Wachen standen da. And there were watchers or guards on this place. Aber sie haben sich keine Gedanken gemacht über die Wachen. They did not worry about the guards and the security man there. Sie haben keine Angst vor der Wachen gehabt, vor den Soldaten gehabt. They were not afraid of these soldiers or the security guys there. Die einzige Sorge war, wer will den Stein wegwälzen. The Bible record that they were worried about who removed the stone from the tomb. Mutige Frauen. They are very courageous ladies. Aber, ich sage, Sorgen helfen uns nicht weiter. I am telling you about worries will not help us ahead. Wenn wir Sorgen machen, if we are worried, kommen wir doch nicht weiter. We are not coming forward. Stanley Jones hat gesagt, Stanley Jones said something same. Sorgen, die uns sind Zinsen, die wir im Voraus für die Plage des Morgentages bezahlen. Okay. Noch einmal. Komm näher zu mir. Lies. Hier. Ersten Satz. Like, worries is like an interest rate which helps us to plan or to plan about something that will pay us off tomorrow. Viele von uns gehen bankrottenden Zinsen. People can go bankruptcy paying only the charge rates. Die gar nicht eintreffen werden. Which they will not even meet up. Kennt ihr sowas? Du machst die Gedanken und Sorgen und es kommt immer anders, als man denkt. You know about it. You are worried about things. So ist es im Leben. Suddenly it comes the way you do not even imagine. Erstmal kommt das anders und zweitens als man denkt. And now it's coming differently than the way you think about it. Matthäus 6, Vers 34 Matthäus 6, Vers 36 Jesus spricht Jesus was saying Darum sorgt nicht für morgen denn der Morgentag wird für seine Sorgen. Es ist genug dass jeder Tag seine Plage hat. Do not be worried about tomorrow for tomorrow we take care of yourself. It's enough to be worried for the worries of the day. Wie können wir wirklich so leben ohne Sorgen? Is it possible for us to live our lives without worries? Liebe Freunde kann unsere Sorge unser Leben ein Stück verbessern? Can our worries even make our lives a bit better? Jesus spricht also davon dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Jesus said we should not worry about our lives. Aber er hat nicht gesagt dass wir nicht planen sollen. But he did not say we should not plan about our lives. Er sagt nicht er lebt planlos einfach egal. Er meinte übernimm die Verantwortung für dein Leben. Er spricht unsere Gefühle und Emotionen an. Sorgen bringen Unsicherheit Schmerz Zorn und Sorgen schaffen dass wir Gott nicht mehr vertrauen. Und diese Sorgen machen uns nicht zu Gott wie wir uns zu vertrauen versuchen unser Leben in der Hand zu haben. Aber wir sollen Hoffnung in den Herrn setzen. Die Frage ist welche Rolle spielt der Glaube in unserem Leben? Die Frage ist was ist die Fade in deinem Leben zu spielen? Aber erst mal zu uns. Wir kommen zu den Frauen aber jetzt zu uns hier. Mein Papa und Mama sie hatten am Leben elf Kinder sie am Leben geblieben waren. also insgesamt vierzehn Kinder und als Papa und Mama gestorben sind nicht alle haben Jesus gefolgt. Aber sie haben immer für uns gebetet. Immer. Solange sie geliebt haben und Papa war ein Glaubensheld meine Mama sowieso eine Heldin. So viele Kinder zu kriegen muss man eine Heldin sein. Und sie noch groß zu ziehen Doppelt Aber nicht alles wurde erfüllt. Die Kinder waren nicht im Glauben. Meine Eltern sind schon über 30 Jahre im Himmel. Aber einen nach dem anderen von Kindern entscheiden sich für Christus. Das heißt unsere Gebete werden uns überleben. Wenn wir nicht mehr da sein sollten Gott holt sie zurück. Deswegen meine Sorgen helfen nicht aber mein Glauben an den Herrn hilft mir. Klar sollen wir planen aber Sorgen zu machen wird sein Gott steht zu seinem Wort. Wir kommen zu Frauen Ich würde sagen ihre Sorgen waren unberechtigt. Wieso kann ich das sagen? Wir lesen Vers 2 bis 4 Und siehe es geschah ein großes Erdbeben denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab trat hinzu wälzte den Stein vor der Öffnung und setzte sich darauf Unser Unser Gesicht war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee Aus Furcht vor ihm erschraken die Wächter wurden wie Tote Der Engel achtet auch nicht auf die Wachen Er ließ sie einfach links liegen Er wendet sich den Frauen zu nicht den Wachen Er wendet sich immer den Suchenden zu Und genauso bis heute ist geblieben der Herr Unser Gott wendet sich immer den Suchenden zu Und es ist das Sucht und er wird finden Klopft und wird euch aufgetan Bis heute haben die Menschen die Gewohnheit zum Ostern zum Auferstehungstag was zu suchen Die Tradition haben sie beibehalten Aber suchen sie was Falsches Aber sie suchen Eier im Garten Die Kinder suchen Osterhasen Die Kinder hatten wir immer noch Kinder aber sie zu Hause waren hat meine Frau immer was versteckt zum Ostern Und ihnen beizubringen dass man am Ostern was suchen sollte Und was sollen wir an diesem Tag suchen Jesus Christus suchen Jesus Christ Und er offenbart sich und gerne Er achtet nicht auf die anderen die diskutieren und drohen Er wendet sich nur den Suchenden zu Und wenn meine Stimme versagt Ich habe ganze Woche gepredigt Von Montag jeden Tag 7-8 Stunden geredet Ich habe heute gesagt Pastor Palmer Ich habe eine Idee Lass mich nach Hause fahren Aber er hat auf Durchzug geschaltet Er hat nicht zugehört Er ist interessant Wenn der Engel des Herrn erscheint kommen immer verschiedene Auswirkungen Diejenigen die Gott nicht kennen sie bekommen Todesangst Sie sagen es ist vorbei mit mir Diejenigen die Gott kennen die bekommen Respekt Und das sagt Engel nicht Und wir dienen nicht dem Engel Wir beten nicht Engel an Wir beten Jesus Christus an Aber wir haben Respekt vor seinen Boten Die zu uns kommen um zu dienen Ein Tag voller Hoffnung Zweitens Wer von euch mal Engel gesehen hat der weiß genau davon ich rede Mich haben zweimal Engel besucht Einmal als ich todes krank war kamen zwei Engel drei Engel zu Ich habe so viele Sorgen gehabt und da kam ein Tag voller Hoffnung in mein Leben hinein Ich versuche es zu erzählen wenn ich vergesse ist es okay Soll ich erzählen Soll ich erzählen bei mir ist es so wenn ich sage dann vergesse ich aber erst mal über Frauen und danach komme ich zu mir Überraschung der Engel begrüßt die Frauen nicht mit einem Standardspruch Moin Wie geht's dir? Er sagt fürchtet euch nicht Interessant Vers 5 Vers 5 Aber der Engel antwortete den Frauen Fürchtet euch nicht Ich weiß dass Jesus den Gekreuzigten sucht Er ist nicht hier Er ist auch verstanden Wie er gesagt hat Kommt her und sieh die Stelle wo der Herr gelegen Er sagte Er sucht einen Toten Das Kreuz ist leer Und das Grab ist leer Ich zeige euch das Ich sucht Jesus den Gestorbenen Aber er ist nicht mehr da Und an diesem Tag hat er bewiesen dass er einen Sieg hat über den Tod und Satan und seine Engel Und er bekam einen neuen Körper Und genau weil Jesus auch verstanden ist wird jeder der an Jesus Christus glaubt und ihm folgt auf Erstehen auf Erstehen und neuen Körper bekommen der nicht mehr schmerzt und keine Glatze mehr hat ein schönes Haar und frisch bleibt und die Tränen werden abgewischt weil wir sehen wie er ist Er ist nicht hier Er ist auch verstanden Das ist die größte Hoffnung für die Menschheit Jesus Christus lebt Er ist nicht hier Nicht am Friedhof wo man Menschen aufsucht Die Frauen wollten ein Denkmal machen Er sagt macht mir kein Denkmal folgt mir Es ist nicht an einem Ort wo man Abschied nimmt Ungelegentlich besucht und Blumen niederlegt Er ist nicht hier Er ist auch verstanden Das ist die Hoffnung Amen Deswegen konnten Frauen ganz anders später leben Das ist warum diese Frauen leben ihre Leben differently Ich bin ein paar Tage älter als manche hier Aber es ist wichtig zu wissen dass wir ewig leben Aber es ist wichtig für uns zu wissen dass wir in Eternity Dame die mit lockigem Haar Kannst du zu mir kommen Ich habe heute einen schönen Witz erzählt Aber ich erzähle etwas anderes Wie alt bist du? 20 Schaut uns beide an Wir unterscheiden sich Wie sehen Sie die Unterschiede? Ein bisschen Liebe Freunde Sie ist 20 Ich bin 67 Wir beide leben ewig Was sind ein paar Jahre dazwischen? Was sind die paar Jahre in den Bindu? Nichts Wir können auf Augenhöhe miteinander umgehen Respektvoll miteinander umgehen Weil wir Kinder Gottes sind Sind wir das? Steht hier geschrieben Deswegen leben wir ewig Das ist unsere Hoffnung Und auch dieser Körper wird nicht mehr jung irgendwann Ich war Mann auch jung und volles schwarzes Haar gehabt Und jetzt habe ich nur Erinnerungsfotos Aber stimmt mich überhaupt nicht traurig Weil ich ewig lebe Vater Gott ich danke dir für diese Madame Schau Und dein Leben gehört Gott Und lebe und diene dem Herrn Und vergiss mich nie Und wenn ich auch im Himmel schon bin Denk an diesen Tag in diesem nicht hier aber hier in deinem Herzen wie das Wort Gott sich entwickeln und Menschen erreichen Also wie kann man Also ja ich wollte die Geschichte von Engel erzählen Ich war sehr krank Ein Mann in meinem Alter ist es nicht ungewöhnlich aber Riesenprostata Problem Und das war unheilbar Und ich habe zweieinhalb Jahre Medikamente Antibiotikum genommen Über 3.000 Milliliter am Tag Meine Haut hat nicht mehr funktioniert Und hat mir nichts geholfen Für mich wurde gebetet Mit Handauflegung Ich habe Ärzte besucht Die Doktor besuchte Ja Wieso Kannst du mir mal Schluck Wasser geben Du bist ja eine gute Frau Sie kümmert sich um ihren Mann Stimmt's Es ist schön eine Frau zu haben Die einen liebt wie mich Aber wir kommen weiter zu der Predigt Also Und ich habe dann gesagt zum Herrn Ich bin so müde Ich habe so viel Gutes gesehen Und wenige Gutes Nimm mich nach Hause Ich lebe sehr gerne Aber ich war müde zu leben Ich gehe nicht zum Arzt Sie haben mich untersucht 13 Proben Biopsie gemacht Biopsie und Radiologie gemacht Und er sagt Herr Justus Die haben sie schwarzen weißen Flecken in Prostata ist nichts zu machen Aber ich werde sie behandeln wie meinen Vater behandelt Und ich fragte Und wie ist die Beziehung zu ihrem Vater Wenn man schlechte Beziehung zum Vater hat kann man auch töten Wie ist die Beziehung zum Vater Er sagt sehr gute Beziehung Und ich sage es ist ein richtig guter Doktor Wir brauchen auch Ärzte die uns gut behandeln Aber die Ärzte sind auch nicht Gott Und eines Tages ich war in meinem Zimmer Nachts im Traum kommen drei Engel rein Einer steht zu Füßen Einer links und rechts und zu Füßen schaute mich an und sprach Deutsch mit mir Weil Leute fragen wie spricht der Engel Keine Ahnung mit mir Deutsch Einige sagen er spricht Englisch Er kann nur Englisch aber nicht Englisch Auf jeden Fall er sagt Johannes Du bist Gott sehr wichtig Lebe und diene dem Herrn und im Moment verlasse ich meinen Körper und schaue ich mich von oben nach unten und da ist eine Kommode Nachtkommode mit einem Wecker und da ist halb vier morgens und ich sehe Satan sitzt so zusammen gekauert und ich sehe Satan sehr nah zu diesem cover Ohnek wieso hast du nicht mit gemacht du bist mein Übersetzer alles mitmachen Ich habe zu tun alles er sagt komm jetzt hoch Dankeschön Geld geschehen und ich habe gedacht das sind nur drei Engel und er kann sich nicht bewegen und wenn Jesus Christus kommt was dann Satan hat Macht und Jesus hat Vollmacht aber Jesus hat all die Macht er verstanden und dann sagt der Engel wieder zu mir Johannes du wirst leben du bist Gott wichtig lebe und diene dem Herrn und in dem Moment fing mein Körper hellblau zu leuchten und als das Licht erlösch wachte ich auf und dachte meine Güte schon wieder Albträume I said oh my God what a nightmare Kennt du sowas wenn man Fieber hat dass man träumt you know it when you have Fieber that you have these funny dreams davor lag ich zu hause 14 tage und Elena sagt zu mir Schatz du riechst schon nach Leiche so ich kann nichts dafür mein Körper ist nicht mehr fähig zu funktionieren Menschen haben für mich gebetet und dann als das geschah habe ich zu mir gesagt wenn es wirklich vom Herrn ist und kein Albtraum ist dann wird das geschehen aber ich möchte warten ein paar Monate wenn Gott heilt dann heilt ich muss das nicht festhalten wenn er heilt dann heilt nach ein paar Monate bin ich wieder zum Arzt gegangen sie haben 16 Proben aus Biopsie gemacht und dann kam ich wieder zum Arzt und er sagt Herr Justus gratuliere sind gesund geworden und das ist wieder ein Tag voller Hoffnung für mich ich habe da verstanden zum ersten Mal verstanden nicht hier sondern hier du bist Gott wichtig er hat Himmel und Erde in Bewegung umgesetzt damit jeder der den Glaub nicht verloren geht sondern das ewige Leben hat das ist heutige Botschaft an dich du bist Gott sehr wichtig deswegen ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen damit wir Ewigkeit erlangen Gott gibt uns eine neue Hoffnung Gott ist giving us a new hope wir kommen weiter zu meiner Predigt wenn unsere alte Hoffnung und Vertrauen aufgebraucht wird if we have lost and used up our last hopes give God a new chance of a new hope and the other side is showing a horizontal connection to the we are now blood relations not only that the hairs are looking the same Furcht and Hoffnung and the Bible says they run with fear and joy eine Begegnung mit Engel mündet mit einem Auftrag er kommt ein Engel nicht einfach zu besuchen Kaffee zu trinken wenn ein Engel erscheint hat mit Arbeit zu tun er sagt geht schneller berichtet zu mir kam Engel und sagte lebe und diene dem Herrn du wirst sterben aber entscheidest nicht du sondern der Herr entscheidet und diese Hoffnung habe ich in mir und ich lebe solange Gott mir schenkt hier sind Menschen die auch ab und zu keine Hoffnung haben wenn wir zu Jesus kommen haben wir Hoffnung Jesus sagt ich habe nicht abgedankt ich bin nicht tot sondern ich gebe eure Arbeit kennst du die Momente als du Jesus zum ersten Mal begegnet bist als du Christ geworden bist was hast du gemacht erzählst du Jesus ist mein Herr und vergehen ein paar Tage und dann vergisst du das und dieser Tag soll dich wieder entfachen geh und erzähl Leuten dass Jesus lebt ist eine Begegnung mit Folgen von Sorgen zu Hoffnung Er Er ist nicht mehr im Grab er ist auch verstanden die Hoffnung ist nicht begrenzt auf dieser Zeit und wir lesen Vers 9 und 10 und sie gingen um es an seine Jünger zu verkünden siehe da begegnet ihnen Jesus sprach seid gegrüßt sie aber traten hierzu und umfassten seine Füße beteten ihnen an und Jesus met them und grittet them und sie kamen und füchert euch nicht geht hin verkündet meine Brüder dass ich nach Galilee gehen soll dort werden sie mich sehen er sagte wo kann man Jesus finden geh bei seinem Vater kannst du ihn finden da wo das Wort Gottes gepredigt wird und da wo seine Kinder zusammen kommen da kann man ihn finden Jesus ist in unserer Mitte er hat gesagt wo zwei oder drei sind da bin ich mit unter euch wo war Jesus zu finden bei seinen Jüngern damit sie glauben können wo kann man Jesus finden unter uns er ist hier unter uns da wo Menschen zusammen kommen er hat für uns den höchsten Preis bezahlt wir lesen 1. 6 Vers 20 1. Korinther 1. 6 Vers 20 1. Korinther 6 Vers Denn ihr seid teuer kauft darum preist Gott mit eurem Leib und mit eurem Geist die Gott gehören For you are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's. I told her, your life does not belong to you anymore. Paul says, with your body and your spirit which belongs to God. And if you are walking along with Jesus, then your body is the temple of the Holy Spirit. An jedem Ort erkennt man, dass du Tempel bist. And whatever water comes from your mouth, people will know that you're a temple. Amen. Also, was bestimmt mein Wert? What decides my what? Meine Herkunft? Is it where I come from? Kennt du solche, wäre ich bloß in einer Familie geboren, wäre ich besser dran? Have you heard somebody saying, are you imagining, if I had even I was born in a different family, maybe I would have been a somebody better? Was bestimmt dein Wert? Deine Familie? What decides your what? Is it your family? Dein Geburtsort? Is it where you are born? Deine Leistung? Or what you are trying to achieve, what you have achieved? Deine Intelligenz? Or how intelligent you are? Dein Wert bestimmt Jesus Christus. Your what? Jesus decides your what. Und du bist ihm alles wert. And you are very, very precious to him. Du bist ihm so viel wert, dass er für dich gestorben ist. You are so wantful to him, that he died for you. Aber nicht nur gestorben, ist auch verstanden und lebt mit uns. He did not only die, but he resurrected and is living with us. Ab und zu sagen mir Männer, ich würde sogar für meine Frau sterben. Some men will say, I will die for my wife. Ich sage, für eine Person zu sterben, ist eine Sache. Aber mit Person zu leben, ist eine ganz andere Geschichte. I say, to die for somebody, is a different story. But to live with somebody, is also a great story. Du sollst für sie nicht sterben, du sollst mit ihr leben. You are not supposed to die for your wife, you are supposed to live with your wife. Jesus ist für uns gestorben und lebt mit uns. Jesus died for us and now he is living with us. Hallo. Amen. Nicht in Himmel, er entscheidet, wann er uns abruft. Nicht Todesgedanken. Hauptsache, ich sterbe lieber, als mit dieser Person zu leben. Nein, nein, nein. Not trying to die, and go to heaven and leave your partner here. I would say, I'd rather die, than live with the person. You have to leave with the person. Seine Liebe hat immer Auswirkungen auf unser Leben. And his love has a lot of things to do with our lives. Ich habe eine Geschichte gelesen. I read about a story and she kennt bestimmt auch die Geschichte. Maybe you also know this story. Aber sie gefällt mir. But this story, I find it very interesting. Und die Geschichte hat sich auf einer Insel ereignet. And this story happened in an island. Ein junger Mann namens Johnny Lingo. A young man, his name was Johnny Lingo. Er war ein reicher, junger Seele, hat noch keine Frau. And he was a very rich young man, had no wife. Und er verliebt sich an Mädchen, was sehr unscheinbar war. And he found himself in love with a lady, which was not, people were not expecting to happen. sie ließ Sarita. Die Name war Sarita. And her name was Sarita. Sie war nicht nur unscheinbar, sondern knochig, mager. Und lief mit gehängenden Schultern durch den Wind. Und sie lebte so Entschuldigung, dass ich lebe. He was like, living his life and like apologizing for leaving. Aber sie hat ihm gefallen. Aber kein Mann wollte sie haben. Und als er sich verliebt hatte in sie, bei ihnen musste man mit Kühen den Brautpreis bezahlen. Und er kam zum Vater der Mädchen und der Vater dachte, wenigstens ich werde zwei Kühe verlangen, wenigstens eine kriege ich für sie. Und dieser Mann, junger Mann, als Händler war bekannt, als grissener Händler. Er konnte richtig gut handeln. Und dieser Mann war ein sehr großer Geschäftsführer, so er konnte sehr gut negotieren. Die Leute wussten ihn mit seiner Möglichkeit, zu negotieren. Und er kam zu dem Mann und sagte, ich will deine Tochter haben. Und der Vater sagte, was gibst du für sie? Und der Vater fragte, was will du für meine Tochter? Er sagte, acht Kühe. Und er sagte, acht Kau. Abgemacht. Und der Mann just fettet auf und sagte, das war der höchste Preis überhaupt. Und alle spotteten über ihn und lachten über Johnny. Und die Leute machen ihn, und lachen über ihn für einen so großen Preis. Eines Tages kam ein Reisender vorbei, ein Journalist. Und alle erzählten von dem dummen Johnny. Und er kam zu ihm nach Hause. Und der Johnny sagt, na, waren Sie auf der Nachbarninsel? Ja, und was erzählen dann der Leute über mich? Er sagte, ich will das nicht sagen. Und der Journalist sagt, ich will nicht sagen, was sie über Sie gesagt haben. In dem Moment öffnet sich die Tür. Und in dem Moment eine Tür öffnet. Eine hübsche Dame geht rein. Eine wunderschöne Frau kam inside. Aufrecht. Glänzende Augen. She was standing straight. She was brightening. Stell den Blumenstrauß auf den Tisch. Und er, sie placed the pot of a flower on the top. Und die Journalist wowed seeing that lady. Und als sie rausging, und er sagt, wer ist das denn? Und die Journalist fragt Johnny, woher haben Sie so eine hübsche Frau? Das ist meine Sarita. He said, this is my Sarita. Wieso ist sie so geworden? And how come that she has become so beautiful? Er sagte, stellen Sie sich vor. He said, he told the journalist, just imagine this. Wenn die Frauen zusammensitzen, when the ladies are suiting together, und jeder erzählt, was welchen Brautpreis bezahlt worden ist. And all of them are talking how and what they were paid on their head. And my wife's Sarita, ich wollte kein Geld an ihr sparen. I do not want to save money on her head. Was würde mit ihr das machen? What would he do if I have paid her Brautpreis for only one cow? Sie wäre zum Gespött aller Menschen. Aber jetzt, schau sie an. Jetzt, schau sie an. But now, look at her. Was mit ihr geworden ist. How she has become with time. Egal wo sie kommt. It doesn't matter where she comes. And all the women say, meine Güte, den höchsten Preis hat sie gekriegt. Every woman who looked at her and said, her price was bigger than every other lady here. And he said, wenn man Amen. Predige weiter. I have no Auftrag dafür. Danke, Liebling. Danke, Liebling. Es ist meine Sarita. Okay, es ist also his own Sarita. Ja, es ist meine Sarita. Hat Kuh bezahlt? Oh, ja. Sie hat siebzig Paar Schuhe. Es ist meine Sarita. Und er sagt, stille sie sich vor. And the man said, can you imagine this? Meine Sarita ist mehr als acht Kühe wert. Meine Sarita is worth more than eight cows. Und als sie das erfuhr, was sie wert ist. Plötzlich hat sie sich verändert. Sie blühte auf. Sie begin to laugh and begin to shine. Und sie wurde zu dem, was sie war. Und sie begin now to be who she's supposed to be. Jetzt übertrage ich auf uns. Now I want to transfer you to us. Du bist mehr als acht Kühe wert. You are more than eight cows wert. Du bist Gott seinen Sohn wert. You are what that God gave his son for you. Hallo. Deswegen können wir strahlen am Oster. This is why we're supposed to shine and laugh and we come to full Dasein was Gott uns gegeben hat. And we can be grateful and live all that God has given to us. Because we are his children. Deswegen schließe ich ein Morgen voller Sorgen war bei diesen Damen. And that morning was full of worries for the ladies. Zweitens ein Tag voller Hoffnung wurde draus and then it became a day full of hope and a Botschaft mit einem Auftrag haben sie bekommen and a Begegnung mit Folgen. Und wenn wir mit Jesus begegnen hat es Folgen auf unser Leben. Und das egal wo ich bin ich kenne immer wieder diese Geschichte von Jesus. Ich fühle mich elendig und ängstlich und er sagt ich liebe dich ich bin stolz auf dich stellt euch vor jeden Tag hörst du diese Botschaft wie kannst du werden nur gut drauf Stimmt habe ich euch ermutigt ein Tag voller Hoffnung wie sind seine Kinder und wenn du die Geschichte von Jesus vergisst und wenn du die Geschichte von Jesus denk an Sarita denk an 8 Kühe und die 8 Kühe du bist mehr wert als 8 Kühe du bist mehr wert als 8 Kühe meine liebe Irene sie ist halbweise hat der Papa nicht gehabt mein Liebling kommt zu mir es ist das beste was ich habe schaut mal uns beide an wir kommen aus Kasachstan aus einem Dorf mit 4000 Einwohnern mir wurde gesagt du wirst niemals was werden im Leben aber ich habe gesagt über mein Leben entscheiden nur zwei Gott und ich Gott und ich wir sind in Armut ich bin in Armut aufgewachsen ich habe einmal im Jahr Fleisch gesehen ganzes Jahr nur Brot und Milch nichts mehr Grundnahrungsmittel mein schönes Mädchen hat nur ein Kleid gehabt und schaut was aus uns geworden ist Jesus Christus lebt Jesus Christ ist alive und das ist unsere Hoffnung und hier ist unsere Hoffnung lasst niemanden zu euch zu belügen dass dein Leben nichts wert ist egal welchem Land du geboren bist egal welche Familie du aufgewachsen bist wenn Jesus mit dir ist er schreibt mit dir deine und seine Geschichte Jesus will write with you a story and a history Amen und ich bitte euch aufzustehen und ich gebe eine Gelegenheit und ich gebe die Möglichkeit jedes Mal wo ich predige möchte ich diese Gelegenheit geben wenn du heute hier bist oder später das Video dir anschaust wenn du sagst ich habe von Jesus gehört aber ich habe ihn noch nicht gesucht und ich gehöre nicht zu seiner Familie ich rede nicht von Kirchenzugehörigkeit ich rede von Christuszugehörigkeit und wenn du heute sagst ich will mein Leben Jesus schenken damit er über mein Leben bestimmt was ich wert bin dann bete ich gerne mit dir damit du nicht nur Geschöpft Gottes sondern Kind Gottes wirst schließt alle Augen bitte beide Augen und wenn du merkst dass der Geist Gottes dich angesprochen hat und du möchtest sagen Jesus ich will dir gehören dann will ich für dich beten du kannst da bleiben wo du bist du kannst nur mit der Hand dass ich weiß dass du bist du zeigst die Hand zum Herrn deinem Gott danke ist jemand noch hier der sagt ja ich möchte mich für Jesus entscheiden danke ist jemand noch hier der sagt ja ich möchte ich liebe es dreimal wenn du die Hand noch nicht gehoben hast das ist dein Moment du zeigst das deinem Schöpfer Gott nicht dem Johannes ist jemand noch hier geniert euch nicht das danke ist das ist dein Tag deines Lebens noch zum letzten Mal danke und jetzt wenn du dich nicht getraut hast bete mit uns zusammen aber geh nicht nach Hause einfach so sondern mach das fest schließ dich diese Kirche an bitte sei verbindlich lass uns zusammen beten und die ganze Kirche unterstützt uns beten wir Jesus Christus Jesus Christ du hast mich gerufen und an diesem Auferstehungstag ich entscheide mich für dich ich schenke dir mein Leben du hast mich gesucht und du hast mich gefunden und ich bitte dich vergib mir meine Sünde und meine Schuld reinige mich und ich bitte dich Jesus gib mir deinen guten Heiligen Geist gib mir dein Leben mir wurde vergeben ich bin dein Kind geworden du und ich wir sind Partner ich gehöre zu dir und du gehörst zu mir und du gehörst zu mir Amen Gelobt sei Herr unser Gott Gelobt sei Herr unser Gott Vater Gott ich danke dir für diese Menschen und ich segne sie dass sie ab heutigen Tag nie wieder von deinem Weg abweichen nur mit dir zusammen unterwegs und sie gehen mit dir Halleluja Amen Amen Es ist heute ziemlich warm hier bei euch wie im Sommer es hat den Geist oder Sauerstoff aber ich will auch für euch beten wenn ihr wollt wenn du heute für dich wahrgenommen hast es sollte hoffnungsvoller Tag auch für mich sein und ich will trotz meiner Ängste den Auftrag Jesu annehmen und du willst deine Angst und es handeln über Gott die Gegnung ob das mit Engel oder mit Jesus ist hat dann immer mit Auftrag zu tun kennt ihr Reinhard Bonnke kennt ihr jemand von Reinhard Bonnke wisst ihr was er gesagt hat es gibt keine Sofasalbung viele Menschen bitten Salbung aber sie sitzen zu Hause Jesus hat gesagt geht schneller und das ist der Auftrag Gottes und wenn du sagst ich möchte schließt Augen damit keiner sieht und wenn du sagst ich möchte gesandter Christin sein und erfüllung mit dem Heiligen Geist haben dann bete ich auch für euch aber von vorne hier zeig mir die Hand ist jemand so sagt ja ich möchte es wenn du sagst ich möchte in diesem Assignment schau mir deine Hand weil das nicht so viele waren die 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 dann belohne ich euch persönlich dafür und wer die Hand nicht gehoben hat bleibt da wo ihr seid ich liebe es wenn Menschen es verbindlich machen Vater Gott ich segne sie in Jesu Namen für deine Autorität des Himmels und das Leben des Herrn unseres Gottes wird aus ihrem Leben fließen die Kraft des Himmels in Jesu Namen und ich danke dir mein Gott ich verbinde mich im Geiste mit ihnen im Namen des Herrn und ich freue mich dass das Wort Gottes lebt für die ich schon gebetet habe könnte Platz nehmen damit ich niemanden übersehe vielen herzlichen Dank danke Vater Gott für deine Berührung des Himmels und Ausgießung deines heiligen Geistes und der Kraft Gottes auf ihr Leben in Jesu Namen und ich freue mich dass sie unerschütterlich dienen werden im Leben lang und ich freue mich dass es kein Abweichen mehr sein wird sondern Entschlossenheit Weisheit Kühnheit Autorität alles was der Himmel uns schenkt in Jesu Namen da setze ich frei danke Schöpfer Gott dass das Wort Gottes lebendig aus seinem Munde aus seinem Herzen fließen wird und er wird kompromisslos dir dienen danke mein Gott auch hier dass Tiefgang ihm von Himmel in sein Herzen eintaucht keine Ängste mehr keine Ängste mehr sondern Hoffnung Perspektive und Kraft von unserem Schöpfer Gott ich danke mein Gott für die heilende Kraft des Herrn unseres Gottes ihr Körper segne ich dass sie gesund wird im Namen des Herrn ich segne sie in Jesu Namen dass ihre Freundlichkeit und Liebe zu dir und zu Menschen sichtbar ist an jedem Ort ich sende sie in Jesu Namen und ich danke mein Gott für deine Präsenz und ich freue mich mein Gott dass ihr Herz was zerrissen worden ist wieder heil wird im Namen des Herrn und das Leben soll in Ordnung kommen danke Vater Gott dass du Gott bist der nicht nur Gebete hört sondern erhört deine Gebete sind erhört worden danke Schöpfer Gott auch hier sehen wir sie in Jesu Namen für deine Präsenz für deine Führung des guten Geistes danke mein Gott dafür ich freue mich dass dieser Mann nie wieder zurückweichen wird sondern dir folgen wird sein Leben lang ich danke dir mein Gott für deine Präsenz auch in ihrem Leben du bist gute Gott und diese Güte Gottes begleitet dich dein Leben lang und ich freue mich mein Gott dass ihr Mund voller Lachen sein wird in Jesu Namen und ich segne auch ihr Leben auch ihr Körper ihr Dasein in Jesu Namen und ich spreche in Wiederherstellung die Zunehmen des Herrn in alle Organe in Jesu Namen das Leben Gottes fließt hinein danke mein Gott auch hier segne sie mein Gott für deine Wiederherstellung Kraft Gottes komm und die Beine mein Gott und die Herzen und die Lungen sollen gut funktionieren in Jesu Namen Amen 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 Shall we give a bigger hand clap offering to the Lord Halleluja Halleluja Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus We say very very thank you to the Lord for today We say thank you to our dear Pastor Johannes Justus Wir sagen auch Dankeschön an unseren lieben Pastor Johannes Justus Wir sagen auch Dankeschön an unseren Übersetzer Bruder Kinsley Unser technisches Team Danke Lobreis Gruppe Danke Lobreis Gruppe Danke Küchen Team They have prepared something for us Thank you Auch ans Küchenteam Danke Die haben schon etwas für uns vorbereitet Don't forget our ushers They have done a great job Und vergesst auch nicht unsere Ordnern Sie haben eine große Arbeit geleistet Thank you Thank you Amen Amen Children Church workers Thank you Kinder Mitarbeiter Danke Offering time Opferzeit ist eine gesegnete Zeit Wir wollen für die Werke Gottes geben Gibt fröhlich zu dem Herrn Ihr dürft mit eurer Gabe majestätisch hier vorlaufen oder ihr könnt auch jede Art von Gymnastik machen und eure Gabe geben Weil Gott liebt einen fröhlichen Geber Opferzeit Gesegnete Zeit Amen 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 Halleluja Amen 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 We go everybody Go down I'm going to sing the dance that we know we sing I'm going to dance and praise it It doesn't matter what comes my way The greater one lives inside of me His name is Jesus I'm born a winner More than Antonio I'm the heir of this kingdom We're with the Holy Ghost I'm going to dance and praise it It doesn't matter what comes my way The greater one lives inside of me His name is Jesus I'm born a winner I'm born a winner Born on Antonio 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 I'm the heir of this kingdom Fill with the Holy Ghost Fill with the Holy Ghost I'm rejoicing 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 Amen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Celebrate, Jesus, celebrate Celebrate, Jesus, celebrate Celebrate, Jesus, celebrate Celebrate, Jesus, celebrate He is risen, he is risen, and he lives forevermore He is risen, he is risen, he is risen, he is risen I wanna celebrate, I wanna celebrate There is a resurrection, there is a resurrection, oh my Lord Celebrate, celebrate, Jesus, celebrate Celebrate, Jesus, celebrate Celebrate, Jesus, celebrate Celebrate, Jesus, celebrate 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 足 Celebrate knight Amen. 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 Wir danken Gott für einen siegreichen Tag. Er ist auferstanden. Er ist lebendig. Amen. Amen. Vielen Dank. Haben wir Leute hier, die zum ersten Mal mit uns feiern? Gott segne euch. Gott segne euch. Gott segne euch. Fühlt euch frei. Ihr seid im Hause eures Vaters. Wenn ihr Zeit habt, wenn ihr nach dem Gottesdienst Zeit habt, dann könnt ihr hier vorne auf uns warten. Heute ist der Geburtstag von einem sehr großartigen Mann Gottes in diesem Haus. Genau heute. Und das ist unser lieber Zion. ja heute. Gott segne euch. Gott segne euch. So. Er ist heute feiern seinen Geburtstag. Und er feiert heute seinen Geburtstag. Genau heute. Ich würde Gott segnen euch. Und in Jesus Name befreien. Amen. Amen. Und gestern hatten wir auch zwei wunderbare Personen, die ihren Geburtstag gefeiert haben. Unsere Schwester Hannah-Lore Habicht, sie ist gerade bei den Kindern. Und unser Bruder Sonny. Beide hatten gestern Geburtstag. Gott bless you. Haben wir Personen, die letzte Woche oder sogar heute ihren Geburtstag hatten? Oh, okay. Oh, okay. A little girl. Okay, very good. Thank God. Thank God for your life. Wir danken Gott für euer Leben. Our Monday prayers will come on tomorrow at 7 p.m. via Zoom. Morgen um 19 Uhr werden wir beten über Zoom. And then Wednesday, God willing, we will not have any prayer meeting of Bible teaching here. Und am Mittwoch, so Gott will, werden wir keine Bibellehre hier haben. Friday, the women will pray via Zoom. Am Freitag werden die Frauen über Zoom beten. And on Sunday. Und am Sonntag. God willing, we have a baby dedication here. So Gott will, werden wir eine Baby-Segnung hier haben. Come in your numbers and support them. Also kommt zahlreich und unterstützt sie. All other programs remain the same. Und alle anderen Aktivitäten bleiben gleich. Wir haben ein Ehepaar und noch andere Leute, die Wohnungen suchen. Wenn ihr etwas wisst hier in Freiburg oder Umgebung, dann gebt mir bitte Bescheid. Nach dem Gottesdienst gibt es Kaffee und Kuchen. Also geht nicht weg, wir wollen Gemeinschaft mit euch haben. Also uns wurde befohlen, hinauszugehen und das Werk Gottes zu tun. Also brauchen wir Energie. Und so wird einer unserer energischen Jugend für uns beten, zum Abschluss und auch für das Opfer. Du dürft gerne alle aufstehen. You may all stand up. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für diesen Auferstehungssonntag. Für diese Freude, die du uns gegeben hast. Für dein Werk am Kreuzherr. Herr, ich bitte, dass diese Freude nicht nur hier bleibt, sondern uns begleitet in unserem Alltag. Uns begleitet dieses ganze Jahr hinaus. Dass wir rausgehen und diese Freude in die Welt hinaustragen. Und dass wir erkannt werden als deine Kinder. Herr, wir bitten auch für das Opfer, was wir alle gegeben haben. Dass du die Hände segnest, die es gegeben haben. Dass du auch diejenigen segnest, die noch nicht geben konnten, Herr. Dass dieses Opfer gebraucht wird, um dein Werk fortzuführen, Herr. Dass wir wirklich Botschafter auf dieser Erde sein werden für dein Werk. Herr, wir danken dir. Wir geben dir all die Ehre. All die Anbetung gehört dir. Sei gepriesen in deinem Allmächtigen Namen. Amen. We have outside in the Foyer not only coffee and cakes. Draußen im Foyer haben wir nicht nur Kaffee und Kuchen. But valuable books for sale. Sondern auch wertvolle Bücher, die zum Verkauf sind. Also wenn ihr hinausgeht. Geht zuerst zum Büchertisch, bevor ihr zum Kaffee und Kuchen übergeht. Geht zuerst an diesen Tisch, bevor ihr euren Kaffee und Kuchen holt. Lasst uns den Segen gemeinsam sprechen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Die Gnade des Herrn Jesu Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Ihmat. Amen.